Die Liebe ist mir heilig. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Was würdest du auf WhatsApp schreiben, wenn ich dich frage, was ist dir heilig? Was ist mir heilig? Eigentlich... Was ist mir heilig? Ja, meine Familie. Was ist dir heilig? Jetzt bin ich auf dem falschen Fuß erwischt. Heilig ist mir meine Familie und heilig ist mir meine Kirche. Was ist mir heilig? Meine Familie, meine Heimat, die ich liebe. Welche Heimat? Berlin. Was ist dir heilig? Mein Glaube ist mir heilig. Mir sind Glaubenstreffen wie hier in Regensburg, der Katholikentag, sehr wichtig. Ich bin Religionslehrer, jungen Menschen Glauben zu vermitteln. Das Schöne am Glauben, ihnen zu erzählen, rüberzubringen, das ist mir besonders wichtig. Das war, w Pediatur zu vermitteln und die Ein candcht PSG hatte. Vielen Dank.